Schöne Zwangsjacke, so wie Hannibal. Hier ist nur noch die Maske. Und ihr konntet es nicht. Pass gut auf den Mund. Bring die Ladung zurück ins Labor. Bewegung! Natürlich dank MJ auch, ne? Spricht Mary Jane Watson. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe schnellstmöglich zurück. Äh, hey, ich bin's. Sag Bescheid, wenn du reden willst. Noch nicht bereit zu reden. Und das ist jetzt nicht reden? Okay. Es ist übrigens vorbei. Vorbei? Nein, 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 nicht die Art von vorbei! Oh, Peter, Alter! Oh. Bitte sag nein, bitte sag nein! Was gibt's denn nachzudenken? Okay, okay. Aber vielleicht wäre es besser. Und nicht okay. Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. Was gibt's denn nachzudenken? Ich bin's CEO-Gelder. Klar, ich auch. Wir hatten wohl unterschiedliche Vorstellungen von dieser Partner-Geschichte. Ich hab noch zu tun. Ich ruf dich morgen an. Vielleicht. Tschüss! Ach, klasse. Ah, Peter. Was bist du nur für ein Pantoffelheld? Du hast es geschafft. Lee kommt ins Raft. Der Teufelsatem ist sicher beisselbe. Wie geht's dir? Wie es mir geht? Wie viel Zeit hast du? Nicht viel. Deine Heldentaten sind mein Papierkram. Aber weißt du was? Gute Arbeit. Danke, Yuri. Das hab ich gebraucht. Und wir gucken nochmal. Hier, Anzüge. Das sind auch wieder neue Sachen. Einmal das. Einmal das. Geräte. Okay. Und einen Fähigkeitspunkt. Haben wir irgendwo noch mit ein. Zwei, 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 eins. Und das kostet bestimmt auch zwei, ne? Ja, dann machen wir mal. Das hier voll. So. Gibt es irgendwas hier in der Nähe? Was man denn? Dann können wir hier mal Richtung Central Park schwingen. Und mal... Über der Sache mit Lee habe ich die Stadt vergessen. Wird Zeit, wieder der Freundliches bei dir aus der Nachbarschaft zu sein. Genau, ein paar Sightseeing-Tour-Must. Fotos zum Mann. 10.30, wir haben einen bewaffneten Raubüberfall. Bitte alle zum Tenderloid. Over. Over. Das ist so gut. Das ist so gut. Die Nachtdäune haben letzte Nacht vielleicht im Hochsicherheitsgefängnis Raft das Licht flackern sehen. Das lag nicht daran, dass einer der Insassen auf dem elektrischen Stuhl saß. Nein, anscheinend ist jemand auf die gute Idee gekommen, dass der Wiederholungstäter Elektro für Kuss und Lugis zahlen soll, indem er das Gefängnis mit Strom versorgt, um so Steuergelder zu sparen. Es verwundert mich, dass der Arbeiten ebenso hasst, wie das Rauben und Morden lebt. Also mussten sie wieder ans städtische Stromnetz. Wohl auch der Grund dafür, dass sie sich auch rausspringen. Ja, ja. Können wir hier den Hochsack noch mal sammeln. Wenn ich mit Ovella und Hochsack gleichzeitig benutze. Ich glaube, ich letztes Mal nicht gefunden habe. Achtung, Einheiten. Haben eine Befallsungsjagd. Officer, bitte verliegeln. Vorsicht, heiß und fertig. Wrestling Flyer. Ja, so hat das alles mal angefangen. So, dann machen wir hier noch. Du bist ein Penner, du Penner. Dann räumst du doch die Stadt auf. Keiner macht's außer ich. Echt, ey. Meisterwerk. Alle Einheiten, mögliche Drogen, die ihr gemeldet. Einheit, bitte zum Museum Miles. Okay, das scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Peter Parker könnte mal wieder Zeit im Labor verbringen. Okay, jetzt rechts. Ist oben auf dem Dach? Neues Profilbild. Spider-Man, versteckt die Wache. Oh, kommt schon, Leute. Ihr schafft das gerade an der Steuer vorbei. Knallt die Rache. Das wird dir leid tun. Du wirst bezahlen. Was ist das? Drogenhandel könnte meine meistgehasste Straftat sein. Definitiv unter dem... So, wo ist jetzt... Ja, das Labor, ne? Können wir hier noch irgendwas mitnehmen kurz? Ja. Die beiden nehmen wir noch mit und dann... Den ersten fünf. Jetzt rüber. Oder den letzten fünf. Wie auch immer. Dann geht's ab wie das Labor zu. Otto. No, please. No, please. Okay. Achtung Einheiten, benötigen Verstärkung für Officer unter Beschuss. Officer bei Vanderbilt, Augen auf. Kann er hier nicht über die Kante, ist das blöd oder was? Das muss ich fotografieren, ist der Avengers Tower. Hm, ging nicht besser, aber. Schrecken sie sich, ne? Die Scheiße hatten wir doch schon mal. Jetzt können wir da hin. Tut mir leid. Die Leute in den Dachgeschosswohnungen sind jetzt richtig sauer auf euch. Ich hab doch kreis gedrückt. Ich hab doch kreis gedrückt. Schau mir runter. Ihr müsst mir nicht danken, Sable-Typen, aber schon unhöflich, dass ihr es nicht tut. Echt, ey, mache ich schon deren Arbeit? Dann muss es sich noch nicht machen. Was ist denn das da für ein Flugzeug? Sorry, Freunde, ich muss das mal kurz... Es ist hart. Es ist echt hart. Ja, ich muss das, was du schaffst. Oh Mann, Raketen! Die haben Raketen! An alle Einheiten haben Meldung über Einbruch. Brauchen Verstärkung im Meatpacking-District. Over! Also ich glaube, wenn wir die Hauptmission vorbei sind, mache ich dann nochmal zwei Folgen Nebenmissionen. Wie der die auch mal sieht. Oder sammeln wir weiter alles ein oder so. Mal schauen. Aber erstmal wieder zu Doktor Octavius. Mal gucken, was der jetzt gebaut hat. Hallo? Parker! Genau rechtzeitig. Zum Feiern. Feiern? Moment. Wo sind die Arme? Oh, wow. Wie cool. Aber wie haben sie... Intrakranielles neurales Netzwerk. Neurotransmissionsgeschwindigkeit unter einer Nanosekunde. Schneller als Signalübertragung im Gehirn. Oder zu einer externen Prothese. Das ist es, Peter. Das ist es, dass es gefährlich ist. Und nicht. Kann uns das mehr nehmen. Unglaublich. Und ihre Arbeit am neuralen Netz war der Schlüssel. Aber es ist noch nicht mal getestet. Es sind noch so viele Fragen offen. Es funktioniert wunderbar. Kommen Sie, sehen Sie. Mal gucken, was ich jetzt wieder für Bauklitzen kriege. Das ist beeindruckend. Hm. Ein kleiner Fehler. Spannungsspitze. Ölmann, Ölmann. Ich weiß schon, wo ich lang muss. Also ich muss nicht alles benutzen. Ich probiere erst mal hier rum. Genau. Minus zwei. Okay. Okay. Mal sehen, ob das geklappt hat. Schwierer Fehler. Nein, schlimmer als ich dachte. Scheiße. Scheiße. Stabilisiert es sich? Zack. Mist, die Spitze ist kaskadierend. Scheiße. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das können wir alles nicht machen. Okay. Wenn ich trotzdem dann hier mache, ist das überspannt, ne? Wenn ich das rausnehme, haben wir drei. Ich gehe mal hier lang. Das geht auch nicht. Das muss von oben kommen. Ich weiß nicht. Ich muss ihn aufnehmen. Nee, hier kommt jetzt vier rein. Zack. Oh. Scheiße. Zu hohes Risiko für ihn. Mach das bloß nicht. Doktor, es gibt da vielleicht ein Problem. Alles birgt Probleme, wenn man nur danach sucht. Aber den Mutigen gehört die Welt. Zeigen wir der Welt, was wir geschaffen haben. Otto, das neurale Netz isoliert Ihre Motorneuronen nicht. Das könnte auch Einfluss auf andere Teile Ihres Gehirns haben, Ihre Hemmungen, Ihre Stimmung. Wir brauchen einfach noch mehr Tests. Es gab schon genug Tests. Zum ersten Mal im Leben fühle ich mich nicht als Versager. Das hier bin ich. Otto, Sie sind kein Versager. Doch das hier könnte Sie dauerhaft schädigen. Bitte. Gut. 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 keine sorge wir schaffen es ich bleibe dran behebe die fehler geh wirklich alles okay ja doch dann sowieso was anderes danke peter für für alles sie sitzt hinter gittern wenn ich der stadt etwas verspreche halte ich es die menschen in new york werden bei seiner entscheidung treffen die diese stadt für immer verändert können wenn sie wählen denken sie an den heutigen tag wir sind jetzt sicherer als jemals zuvor du hast keine ahnung was dir blöd ok